Dieses Video zeigt Ihnen die Device Viewer Software. Diese führen Sie als Administrator aus, loggen sich dann mit dem Passwort Admin ein. Über die Device List und den Punkt Search Device können Sie IP Kameras hinzufügen. Diese werden dann im Videobild angezeigt. Mit der PTZ Control können Sie die Kamera schwenken und neigen. Sie können die Geschwindigkeit des Schwenken und Neigens verändern. Per Doppelklick wird das Bild auf Vollbild vergrößert.